Hi, ich bin Martin von UT. Ich zeige euch in diesem Video den neuen UT Laser Belt Liner. Mit diesem Tool könnt ihr einfach und schnell die Einstellungen eures Gates Carbon Drive Systems überprüfen, ohne dass ihr etwas demontieren müsst. Der UT Laser Belt Liner besteht aus zwei Bauteilen. Einmal der Messeinheit mit dem Linienlaser und einmal der Messeinheit mit der Skala zum Ablesen des Messergebnisses. Ihr seht, dass am Steg der beiden Bauteile zwei Auflageflächen sind. Die untere Auflagefläche ist für die Installation des Tools mit montiertem Riemen. Die zweite Auflagefläche ist für die Montage direkt auf der Riemenscheibe. Um eine Messung mit Riemen durchzuführen, drückt man die beiden Messeinheiten einfach auf den Riemen, bis sie auf der ersten Auflagefläche anliegen. An der vorderen Riemenscheibe nehmen wir die Messeinheit mit dem Laser, drücken sie an und achten darauf, dass wir genau über der Achse sind. An der hinteren die mit der Skala aufdrücken, auch perfekt über der Achse. Dann schaltet man den Laser ein. Jetzt kann man an der Skala ablesen, ob die Einstellung der Riemenscheiben innerhalb der Toleranz ist. Bei der Messung ohne Riemen, also direkt auf den Riemenscheiben, läuft das Ganze sehr ähnlich ab. Hier die beiden Messeinheiten bis auf die zweite Auflagefläche aufdrücken. An der vorderen Riemenscheibe wieder die mit dem Laser und an der hinteren Riemenscheibe die mit der Skala. Da bitte darauf achten, dass beide Messeinheiten auf einer Ebene sind. Dann den Laser einschalten und ihr könnt an der Skala ablesen, wie die Riemenscheiben eingestellt sind. Falls ihr einen Hosenschutz am Rad montiert haben solltet, könnt ihr die Messung auch einfach auf der Unterseite des Systems sowohl vorne als auch hinten durchführen. Sollte das Ergebnis der Messung zeigen, dass die Einstellung eures Gates Carbon Drive Systems außerhalb der vorgegebenen Toleranz von plus minus 1,5 Millimetern liegt, dann wende dich bitte an deinen Händler oder das UT Service Team. Der Laser ist durch vier Madenschrauben im Gehäuse positioniert und werkseitig kalibriert. Sobald diese Madenschrauben verstellt werden, muss das Tool durch den UT Service neu kalibriert werden. Bitte beachtet bei der Messung mit einer Rohloff Riemenscheibe ohne Riemen, dass die Messeinheit nur bis zur ersten Auflagefläche gedrückt wird, da die Rohloff Riemenscheiben um einen Millimeter breiter sind. Bei einer Nexus oder Alfine Narbe mit 22 Zähne Riemenscheibe lässt sich eine Messung nur mit Riemen durchführen, da sonst der Steg der Messeinheit mit der Staubkappe der Narbe kollidiert und dies zu einer Abweichung des Messergebnisses führt. Mit diesem Tool haben wir die Überprüfung der Riemenlinie stark vereinfacht. Bis zum nächsten Mal, euer Martin von UT. Untertitelung des ZDF, 2020